Servus Leute, ich habe heute ein Rate für euch aufs Shoreline. Eigentlich war ich unterwegs, um Sanitar zu finden für die 15 Kills, aber das Halloween-Event mit der Sraki-Beschwörung, mit dem Ritual, lief natürlich auch. Und ja, da ging es ziemlich zur Sache am Cottage, da beim blauen Strahl, beim Ritual. Viele PMCs, Kultisten und alles, was dazu gehört. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch.tv slash Outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und jetzt viel Spaß. Wie es halt so ist, aber vorgekommen ist es sehr lange nicht. Zock ich was Off-Stream? Nein. Ich spiele bloß EFT und das bloß On-Stream. Außer Verkaufen und Stash-Ordnen und sowas halt, ne? Ist die Kombination aus Tarko von dem Stream. Das ist die Motivation dafür, Shira. Das ist die Motivation dafür, Shira. Das ist die Motivation dafür, Shira. What the fuck? Die reagieren nicht auf Granaten. Das ist ja. Hä? 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 Sag mal, ist das überhaupt Sanitar oder das ist ein normaler Skeft, der mich hier verarscht? Hä? 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 What the fuck ist los hier? Das ist niemals Sanitar. Ich wurde glaube ich hart gescannt. Das glaube ich allerdings auch, ja. Ich muss mir kurz mein Bein ran machen. Das war einfach ein Scaf, der mir die Beine weggeschossen hat. Geil. Aber ihr seht es, dieses Naden, das bringt irgendwie nichts, ne? Ich habe da hingenaidet, kein Schrei, nichts. Nein. Bei Sanitar hätte ich auf jeden Fall gehört. Das war einfach ein Scaf, der mich direkt getroffen hat. Und da ich nicht gesehen habe, woher er schießt, war es etwas scary. Die Nadel war schon drin. Einen Tag kann man die auch wieder rausziehen. Das ist überhaupt kein Thema. Wieder Tunnel. Ja. 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 Hier war schon jemand Nee, ich bin ein hauptberuflicher Streamer Ah, die Frage ist auch okay Lesen hilft Ah, alles gut Jetaktivität ist auch nicht verkehrt Oh boy, wir müssen da zum Ritual Es hilft nichts Ja, so kommen wir also an J2K Die MCX mit CBJ ist richtig gut, ja Den nach dem Ritual Der hat überhaupt keinen Loot mit Mik Das ist immer Die Sache ist die, das ist ein Bug, glaube ich Dass man den überhaupt killen kann Das komische ist, viele denken jetzt Das ist das große Ziel, den bösen Den bösen Raki zu killen Das Ziel ist eigentlich, das Ritual zu unterbrechen Der böse Raki hat überhaupt keinen Keinen anderen Zweck Oder überhaupt keinen Loot Der hat bloß den Zweck Die Leute über die Map zu jagen Moin Cortana Geil aussehen tut es ja schon, ne Hat BSG beworben Dass die Russenknifte nicht jampt Ist das wirklich gewollt? Komisch Oh shit Die looten schon Das Ritual läuft noch Das Ritual läuft noch Piu-Piu, meine Freunde So, Ritual failed Hauptsache, da lebt noch irgendwo einer Und Hauptsache erst mal geiern Die Armen Ach, noch kein Auto mehr Nice Ist mal ernsthaft, ey Erstmal gelootet Obwohl das Ritual noch gar nicht durch war Krass Hat nicht mich angeschrien Ich bin Ich bin Ich bin Das ist so, wie sieht es? Wally, Kiep! What the fuck? Is it dark or what? Winterzeiter, let's go. Geht es? Schießen die dann auf den? Ne, glaube ich nicht. Ah, gar nicht was los hier, ne? Gibt es sogar Videos, es geht? Wirklich? Okay, krass. Weiß ich nicht. Du kannst ja nicht schießen, Duki. Die Waffe wird nicht gehen. Du kannst ja nicht schießen, wenn er da ist. Oh Junge. Ist ja gar nicht so schlecht, was du da hast. Das wird ja lassen. Das Ring hat auch so getankt. Okay, wir müssen das mal. Okay, wir müssen das mal sehen. Wir müssen das mal sehen. Okay Wir müssen das mal sehen. Da wird jemand looten. Den hab ich gar nicht zerrissen, okay? Ich dachte, ich hätt ihn. Ey, die waren halt so schnell im Looten, ey, das sind so... Das sind so die Geier, das ist unglaublich. Hauptsache, der erste liegt am Boden, zack, Loot. Jedes Mal, ey. Was ist das denn hier? Der SMW-Key? Den hab ich diesen Wipe noch nicht gehabt, Gigi, ey. Aber ich hab den hier, hab ich den schon ganz gut erwischt. Der Nightsweak ist komplett. Scheff, Scheff, hier war irgendeine Scheff-Party, ey. Scheff, Scheff. Und ich hab die Jungs bisschen gestört beim Killen, ne? So kommt's mir vor. Ach, du hast erst auch schon gelootet. Was ist das denn, ey? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Äh, ja. Okay. What? Da kommen sie aber beide auch angestappt, ey. Einmal Massaker am, äh... Massaker am Cottage, aber richtig. Kommen sie einfach alle an, ey. Krass. Und ja auch noch... ... Okay. So, wir gehen. Einzelne, das hätten wir noch. Egal. Raus hier. Oh, nicht übertreiben, wir müssen ja auch noch raus. Wir gehen nicht straight, das ist eine scheiß Idee. Okay. Die armen Timmis, die wollten wir ans Leder, ey. Ich war mir nicht sicher, ob ich den einen beim, also, ich hab rumgezogen und ich wusste nicht, dass er aufsperrt. Das war eigentlich ein scheiß Peak, ich hab's nicht gehört gehabt, ich wusste nicht, dass er aufsperrt. Aber ich glaub, genau das hat mir das Leben gerettet. Die wollen in Sanitas Haus die Quest machen. Ja, selbst schuld, wenn sie hier zum Ritual kommen. Ich mein, das Geballer müssen sie eigentlich gehört haben, das wussten sie. Ja. 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 klar, krass. Das Ritual ist noch nicht vorbei und die hocken zu dritt beim Looten. Das muss man sich mal geben. Die hocken zu dritt beim Looten. Da lebt immer noch ein Kultist irgendwo. Es wird schon gelootet. Überhaupt kein Thema. Die Gier ist groß. Ja. Ja, ich sag ja, wow. Das passiert, du. Ähm. Ja. Na gut, Leute. Was denkt ihr? Oh, hallo YouTube. Oh, hallo YouTube. Komm. Haut mal hallo YouTube raus. Verewigt euch. Raus mit dem Sam. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Kills. Jawoll. Sieben Kills und das ist alles am Cottage. Ei, ei, ei. Na, der Spam. Ja, es geht. Es geht. Es geht. Schönes Hallo YouTube. Waren wir hier einen Marker. Fast. Bye. Leider kein Senator, ne? Chat wieder aus. Leider kein Senator. . Abonnieren. baby